Wie man mit Komplikationen nach Hüftoperationen umgeht, warum das Verklagen des Arztes nicht zum Ziel führt und wie man das konstruktiv machen kann in diesem Video. Es müssen Handschellen klicken, wir verklagen das Krankenhaus, der Arzt muss ja verklagt werden, bla bla bla. Immer dasselbe Dreck, immer dasselbe Rotz. Menschen sind ja oft nach so Eingriffen mit Komplikationen berechtigt angepisst. Was man immer da ein bisschen berücksichtigen muss, ist die emotionale Ebene und die sachliche Ebene, wo man diese Dinge dann lösen kann und verändern kann. Da geht es jetzt konkret um die Problematik nach einer Hüftendoprothesen, also so einem künstlichen Hüftgelenk, so einem Bauteil, das man halt dann kriegt, wenn die Originalbauteile eingegangen sind. In diesem Fall ist es wichtig zu verstehen, dass wenn ich einen grundlegenden Prozess habe, der immer wieder gleich ist, wir reden jetzt nicht von Standardisieren und alles wird alles gleich und das ist Kommunismus. Nein, eine gewisse Routine und ein gewisses gleichmäßiges Denken, das dann in der Überschneidung zu Lösungen führt. Ich weiß, das will keiner hören, weil so läuft das Geschäft nicht. Trotzdem werden wir das jetzt in dem System machen, wie man diesen Fall lösen kann. Das ist so dieser Regelkreis wie immer, der als Grundlage dient, als Denkgerüst für Prozesse, den man so auch machen kann. Da steht halt jetzt, dass die weiblich ist, 74 Jahre alt, das Gehen ist schmerzhaft und schlecht. Sie ist alleine lebend, sie ist selbstständig, also die kocht für sich selber, die macht alles selber, die fährt sogar mit dem Auto, glaube ich auch, und die ist zusatzversichert. Zusatzversichert muss man deswegen aufschreiben, weil ich muss wissen, als Koordinator von dem ganzen Wahnsinn, was ich alles für die Möglichkeiten habe und was ich alles ausschöpfen kann. Man kann das Ganze auch komplett kostenlos machen, wenn man weiß, wie es geht, wenn man ein klares Ziel hat. In dem Fall habe ich halt den Luxus einer Zusatzversicherung. Die ist damals im Herbst 19 zu mir gekommen mit einer Hüften, die halt jenseits von gut und böse war, Röntgen, kein Gelenkspalt. Wenn du hast auf die Liege hingelegt, hat sich nichts mehr bewegt, außer die ganze Frau, wenn du deine Hüften abhangen hast. Die Hüften war durch. Habe ich dir das beim ersten Termin schon gesagt, dass das jetzt eher nicht so gut ausschaut und wir schauen uns das nächste Woche nochmal an. Zweiter Termin, wenn du kein dreckiger Lügner bist, der alte Weiber abkäscht, musst du dir sagen, sorry, aber das ist nicht mehr mein Baustell. Habe ich ihr dann nahegelegt, dass eine Prothesen, also eine operative Sanierung, da sicher helfen wird und wie das grundlegend funktioniert. Die ist jetzt nicht so blöd, sondern die hat das gemerkt, weil ich war selber selbstständig, dass wenn sie sich wen nimmt, der sich auskennt, sie eventuell leichter durchkommt und hat mich dazu beauftragt. Also bin ich dann als Case Manager in diesen Prozess eingestiegen, um diesen Prozess zu organisieren und sogar, ohne dass irgendwer grantig ist, die Komplikationen in was Geiles zu verwandeln. Weil es geht immer um diesen Ist-Zustand. Und da ist halt diese vollkommen hinige Hüfte, die kannst in die Tonne treten, die kannst Kübeln. Smart-Ziel ist abgeleitet aus dem da, sie will selbstständig leben, so wie vorher. Was realistisch ist, weil das ist attraktiv, also erfüllt alles, was ein Smart-Ziel erfüllen kann, wenn man dann diese kleinen Ziele herunterbricht und das große Ziel. Planung, man muss halt dann eine OP machen, man muss eine Reha machen und dann halt schauen, wie sich das entwickelt, um weiterführende Angebote eventuell zu konsumieren. Ich habe dir auch gesagt, vielleicht braucht es eine Hauskrankenpflege, vielleicht braucht es eine Heimhilfe am Anfang, wenn sie noch nicht so gut beieinander ist, dass man das auch in den Prozess einkalkuliert. Das heißt, wenn was schief geht, bist du eingestellt auf das, weil man hat es dir gesagt, dass es ist. Menschen haben keine Angst vor Komplikationen, sie haben Angst vor diesen ganzen dreckigen Lügner, die ihnen das vorenthalten und ihnen nachher, das gehört aus der Taschen ziehen, weil sie keine Lösung haben. Einfach nur so einmal zum Überlegen. Das wird dann alles organisiert, also ich habe da einen Arzttermin geholt, die ist dann gleich zum Primar in die Privatordi gefahren, ich kenne den Primar, der ist sauber, der macht seine Arbeit ordentlich. Keine Frage, sicher ist es ein besessener Ritualmörder, ja sicher, aber er arbeitet sauber, er pfuscht nichts füreinander, er hat halt noch alle halbwegs beieinander und hat der einen schnellen Termin gegeben. Der wird dann auch von mir vorbereitet, der war auch vollkommen happy, weil er alle Befunde in so einer Qualität und in so einer Reihenfolge gekriegt hat, dass er sofort weiterarbeiten konnte. Dann geht es weiter bei der Organisation, der plant dann sein OB, weil das mache ich nicht mit OB, Vorbesprechung, blablabla, tralala, hin und her in Osnberg. Dann kommt es zu dieser Operation, nach der Operation zum Feedback und wir haben ein Problem, wir haben jetzt eine neue Ist-Situation, nämlich die Ist-Situation ist jetzt so, dass sie eine Vorfußlebung hat. Das heißt so, die Schaufel hängt nach unten, der Fuß ist gelähmt und sie kriegt die Zähchenärme nach oben. Was aber positiv hervorzuheben ist und das dürfen wir nie vergessen, weil das ist das, was die Leute aber dann sofort haben, wenn sie sofort alle verklagen wollen und am besten standesrechtlich vor dem OB hinrichten. Immer überlegen, jeder hat unterschrieben und jeder ist aufgeklärt worden und wer nicht fragt, der Doktor ist nicht verantwortlich, dass er zu dir heim geht und dir das vorliest. Das Geile ist, die Hüften sind jetzt gut. Okay, passt. Jetzt startet dieser Prozess einfach noch einmal in derselben Runde, nur mit anderen Dingen. Und da ist jetzt zum Beispiel das Smart Seel immer noch das Gleiche, abgeleitet aus dem da, herüben, da und sie macht es. Passt. Diesmal brauche ich aber eine Orthese, also eine Schiene. Sie hat bereits, wenn ich jetzt im Krankenhaus habe, hat es auf der Reha gekriegt, voll das Plastikklumpen, hat sowieso über der Gesüllenprüfung gemacht, voll schirch, voll unfunktionell, egal, geplant ist jetzt was, besser ist. Das organisiere, also ich hole die vom Techniker und dann kommt die Umsetzung, die Umsetzung heißt, die kommt zu mir und es wird getestet. Da jetzt dieses Video, das ist so diese weiße Plastikschiene von ihr, die sie da an dem Krankenhaus gekriegt hat, mit diesem komischen schrägen Gurt. Das ist eine Peroneus-Ordese in einer dorsalen Variante, also der Decke ist auf der Rückseite, und dann, auf einer Intensivstation ist es vollkommen okay, aber zum Gehen, wenn du mobil sein willst, so wie die, ist das sicher nicht das richtige Produkt. Wenn man da jetzt dann schaut, ist das auch das Video, wie sie geht und man sieht, wie sie geht. Das ist ein bisschen ein Hinken. Wenn man das mit den Leuten durchgeht, bei diesen Videos, dann macht man das Frame für Frame, also du drückst auf Pause und fährst ganz langsam, dass du das siehst und dann erkennst du die Drehungen, du erkennst die Schulterschläge, machst du eine Ganganalyse, um das Ziel zu erreichen. Das ist jetzt so wieder die neue Ist-Situation mit der Schiene, wieder in diesem Regelkreis, wieder dasselbe Smart-Ziel, immer noch derselbe Reha-Prozess. In diesem Video ist jetzt die vollgeile Schiene, gibt es sogar ein Video auf dem Kanal, die Peroneus-Schiene, wo die auch gezeigt wird, wo natürlich gewisse Dinge jetzt erfüllt werden von der Mobilität, von der Wirklichkeit, die das für sie auszuholen und so das letzte Patzl, was sie halt will. Das ist jetzt das Video dann auch, wie es mit der Schiene geht. Da erkennt man die andere Dynamik, dieses weniger Behebige und sie sagt sogar dann, am Ende dieser Testphase, also in der Umsetzung, wo man dann wieder Richtung dieses Feedbacks geht, was für Schiene ihr mehr zusagt und da geht es jetzt nicht darum, was ich geiler finde, weil für mich ist klar, dass das schwarze Ding aus Carbon immer die geilere ist, nur muss ich halt das Ziel von ihr lassen und halt die Maßnahme dementsprechend anpassen. Sie hat dann auch gesagt, dass ihr die schwarze Schiene mehr taugt, haben wir auch gesehen, dass die funktioniert und sie wird mit diesem Gerät weiter trainieren. Das ist dann so das Feedback des nächsten Kreises innerhalb dieses Prozesses und ich habe jetzt einen neuen Ist-Zustand, wo halt die Hüften super ist und das Problem des Sprunggelenkes, dieser Lähmung, so kompensiert wird, dass dieser Mensch keinen einzigen Tag mit einem Gutachter streiten muss, dieser Mensch kein einziges Mal mit irgendeinem Rechtsanwalt sondern es werden die Mittel und wir sprechen jetzt von der wichtigsten Währung, die es gibt auf dieser Welt und das ist Zeit, weil ich als Behandler habe mir auf die Fahne geheftet, mit Ehrlichkeit niemandem Zeit zu stellen, so diesen Prozess abzuschließen, die Ziele von diesem Menschen im Sinne der Erfüllung zu erreichen und so einen zufriedenen, glücklichen Menschen zu bekommen, der von diesem System nicht enttäuscht ist, weil er gesehen hat, wenn er das System richtig bedient, hat es den richtigen Outcome und den gewissen Vorteil. Wie wir sehen, das Gesundheitsrisiko, Medizin allgegenwärtig in unseren Systemen, in unseren Jerusalemer erkrankten Bauten föhnen diese Dinge ganz klar, weil erfundene Autoritäten mit Unwissen, mit fehlender Kompetenz, mit Ignoranz und Egoismus Menschen so im Kreis führen, ohne klare Stationen, bis zum Ende aller Tage oder bis das Geld dauer ist oder eventuell dein Leben beendet ist. Kanal abonnieren, Glockenheiß schalten, alles Gute für euch.